Hallo, 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 ihr lieben, lieben, lieben Leute da draußen. Ich habe gerade gemerkt, dass mein Mikro aussetzt hat und ich weiß jetzt nicht, ob das an diesem Mikro liegt, an dem Kabel oder an dem Adapter zwischen Kabel und meinem Handy. Okay, drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass es jetzt funktioniert. Ich weiß nicht gerade, was gerade nicht so gut funktioniert und ich habe auch bei meinem letzten Video gemerkt, dass es immer wieder Aussetzer gab. Also, hoffentlich ist nichts Schlimmes. Okay, ich war gerade beim Einkaufen und zwar war ich einmal beim Rewe, da habe ich aber nicht so viel gebraucht. Und dann war ich noch beim Asiamarkt bei AIM, wo ich jetzt das erste Mal war. Und ich kann schon mal sagen, dass der mir nicht so gut gefällt, der ist kleiner und da ist alles noch hektischer, wie es eh schon immer in diesen Asialäden ist. Okay, natürlich war jetzt der Ton wieder weg und ja, ich habe jetzt mal das Kabel zwischen Mikro und Adapter ausgetauscht. Ich habe leider so das Gefühl, dass es nicht der Grund sein wird, sondern vielleicht eher das Adapterstück. Ja, dabei ist es sogar das Originale gewesen und naja, es ist erst vier Monate oder sowas halt, seit ich mit YouTube angefangen habe. Also das Originale von Apple, naja, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwas beim Umzug schiefgegangen. Auf jeden Fall war ich heute beim Asiamarkt und habe so ein, zwei, drei, ein paar Sachen gekauft, die wir mal wieder gebraucht haben. Und irgendwie hatte ich Lust, neben diesem ganzen Lernen und diesen eintönigen Tagen, wollte ich mal irgendwas Spannendes und Freudiges mal wieder machen. Und deswegen, genau, war ich da und habe ein paar Sachen eingekauft und die wollte ich euch mal zeigen. Also, zuerst einmal habe ich viel von solchen Soßen oder Pasten gekauft. Das ist die Pho Soup Paste und ich habe noch nie so eine Suppe selber gemacht, aber ich liebe die. In Vietnam haben wir die fast täglich gegessen. Die gibt es dort ja an jedem Straßeneck. Und da ist drinnen Zwiebeln, Salz, Zucker, Sojaöl, Schalotten, Ingwer, Stirn, Anies, Kreuz, Kummel, Zimt, Chili und Gewürznelken. Okay, das hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Gut, da ist viel Zucker drinnen, aber meistens ist in den Sachen richtig viel Geschmacksverstärker und so Zeug drin. Und das hat gekostet 2,39 Euro. Und irgendwie hatte ich mal wieder Lust auf roten Nagellacken, auch wenn ich normal gar nicht so der größte Fan davon bin, aber... Okay, dann... Ich hoffe, euch stört dieses Klaviergeklimper im Hintergrund nicht. Ich habe jetzt eine Zeit lang gewartet, aber ich glaube, dass das meine süße kleine Nachbarin ist. Und wer weiß, wie lange die noch spielt. Auf jeden Fall habe ich mir als nächstes noch Tamarintenpaste, oder wie man das dann sagt, auf Deutsch sagt. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gekauft. Ich habe, glaube ich, in Sri Lanka mir solche eingelegten Kerne von dieser Tamarintenfrucht, Gemüse gekauft. Und oftmals steht in Rezepten drin Tamarintenpaste und ich habe keine. Und deswegen dachte ich, kaufe ich die mal. Und die hat gekostet 1,99 Euro. Ehrlich gesagt kann ich auch gar nicht einschätzen, wie die schmecken soll. Ob das jetzt eher süß ist oder sauer, oder... Na ja, okay, da ist drin 80% Tamarinten, Wasser und Citric Acid, also Zitronensäure. Vielleicht schmeckt es ein wenig sauer. Keine Ahnung, ich werde es sehen. Dann, ich werde es sehen. Dann habe ich etwas, das man eigentlich immer braucht, Fischsoße gekauft. Und gerade bei den thailändischen Curries, also Thai-Curry, verwende ich das eigentlich jedes Mal. Und ich glaube, dass durch diese Fischsoße, das dann auch so salzig schmeckt. Ich bin wirklich kein Experte, wenn es um solche Gerichte geht. Es ist einfach nur total gerne und pastelt irgendwas zusammen. Ich habe mir in Sri Lanka ein Kaupro gekauft. Und im Prinzip braucht man immer nur die gleichen, sagen wir mal 15 Gewürze. Und tut dann einfach an Gewürze oder Fisch oder Fleisch rein, was man will. Und am Anfang habe ich noch die Rezepte befolgt, aber mittlerweile schmeiße ich einfach rein, was ich so finde an Gewürze. Und diese Fischsoße hat 1,99 Euro gekostet und es von Tipados oder so in der Art. Und es sind 700 Milliliter enthalten. Also ich muss schon sagen, dass ich richtig gern Lebensmittel einkaufen gehe. Ja, ich weiß nicht, was manche vielleicht für Klamotten oder so ausgeben. Geben nicht einfach für Essen aus. Dann habe ich hier eine Kala Masala Mastecke gekauft. Und da drin ist enthalten Rapsöl, Korianderpulver, Ingwer, Knoblauch, Passat, Tomatenmark, Salz, Essigsäure, Modifizierte, Maistärke, was auch immer das sein soll. Gare Masala, schwarzer Pfeffer und Kurkuma. Und das sind auch so Gerichte, die man einfach super schnell machen kann. Also man muss da nicht groß was vorbereiten, sondern man hat halt einfach die typischen Sachen zu Hause, wie Kokosmilch oder so und irgendwas zum Reinschmeißen in das Curry. Und ja, super Gemise-Sachen, Tomaten oder so, so Kiwi, was weiß ich, alles Mögliche. Und Reis hat man normalerweise eh immer zu Hause. Und deswegen finde ich das einfach total praktisch. Habe ich bislang auch noch nie gekauft, diese hier. Ja, ich kenne das sonst nur als Pulver. Aber ich probiere es gerne mal raus. Dann, ja, apropos Kokosmilch, die habe ich im Asialladen vergessen. Deswegen habe ich die dann beim Rewe gekauft. Für viel mehr Geld. Und das ist von dieser Rewe, Asialladen-Marke. Bam-Boo-Garden. Die habe ich bislang noch nie ausprobiert, aber... Ja, das muss schon nicht so schlecht sein. Ich habe jetzt halt auch erst mal nur eine Dose gekauft. So. Oh, dann. Also. So. Okay. So. Okay. So. 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 Das ist mit einer neuen Rezeptur, nämlich ohne Zusatzstoffe und da ist 60% Kokosnuss-Extrakt und sonst nur Wasser drin. Dann habe ich noch beim Rewe Kokosraspeln gekauft. Weil ich richtig gerne Kokonat-Rotti mache, ich weiß nicht, ich kann eigentlich gar nicht sagen, was genau Rotti ist, das gibt es auf jeden Fall in Sri Lanka überall und das ist immer so ein Teig, sowas wie ein Pfannkuchen und da drin sind Sachen. Es gibt aber auch Rotti, das ist wie so ein dickes Pancake, ist aber nicht so fluffig, sondern massiver irgendwie und das besteht eigentlich nur aus Kokosnuss, normalerweise frischer Kokosnuss, frisch geraspelte Kokosnuss, aber wo kriegt man das hier schon? Und Mehl und Wasser und Salz und es wird dann zu einem Teig, also man knetet das und dann macht man halt Fladen daraus und bret die an. Und dann gibt es auf YouTube auch etliche Rezepte und das esse ich voll gern zu Curries. Also wenn ich mal keine Lust habe auf Reis, dann mache ich einfach welche davon. Und ja, es gibt ja hier nur die getrockneten Kokosraspeln und die lege ich immer etwas in Wasser ein und lasse die so ein bisschen aufquellen, bevor ich die dann verwende. Hätte ich eigentlich auch mal im Asienmarkt schauen können, was die da so haben. Dann, was ich immer kaufe, wenn ich in so einem Asialaden bin, sind diese, wie nennt man die eigentlich, Sprossen, sind das Munkobohnen? Nein, Munkosprossen, aber keine Munk. Da kann man auch ein paar reinmachen und die kosten halt dort echt nix. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich dafür bezahlt habe, aber ich weiß, beim letzten Mal habe ich in einem anderen Asialaden so eine doppelt so große Packung gehabt, die für mich viel zu groß ist. Also ich bin froh, dass die halb so groß ist. Und die haben, glaube ich, 70 Cent gekostet oder so. Und was ich echt erstaunlich in diesen Geschäften finde, ist, dass die auch eine richtig große Auswahl an Gemüse haben und Obst und solche Sachen, Kräuter, die es bei uns einfach nicht so gibt. Gerade bei Gemüse und das sieht auch immer richtig frisch aus. Genau. Die kann man auch gut in gebratene Nudeln reinmachen. Und dann habe ich an der Kasse gesehen, dass die hier diese, wie nennt man die, ähm, Bau, Bau oder irgendwie sowas mit Bs. Das sind so, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, so Hefe-Teig-Dinger, die gefüllt sind. Und die habe ich auch in Vietnam überall gesehen und irgendwie dachte ich, voll cool, probier mal aus. Und ich hatte Hunger in dem Moment. Genau. Aber das werde ich mir aufsparen, wenn mein Freund von der Arbeit nach Hause kommt. Und dann können wir das zusammen ausprobieren. Das sind irgendwie so ähnlich wie Dampfnudeln bei uns oder Gemknödel oder so. Nur halt nicht süß, sondern mit Hackfleisch oder Ei oder so Zeug gefüllt. Man riecht aber auch nichts. Also die werden dann gedämpft. So werden die, glaub ich, ähm, gegart. Dann... Ganz wichtig, Koriander. Und jedes Mal, wenn ich Koriander brauche, gibt es im Laden kein Koriander mehr. Und ich komme jetzt auch nicht jedes Mal in ein Rasierladen. Deswegen... Also habe ich gewollt, dass da die Wurzeln dran sind, weil ich dann hoffe, dass es noch länger hält. Und ich liebe Koriander. Ich kann das gefüllt auf jedes Gericht drauf machen. Und schau, wie schön frisch und knackig der ausschaut. Und beim Lidl... Wenn ich den kaufe, auch so in so einer Packung, der ist nach zwei Tagen schlecht. Dann habe ich noch gefragt, ähm, Ingwer und Knoblauchpaste und ich weiß nicht, ob ich zu blöd war oder ob sie es nicht hatten. Manchmal gab es das auch in einem, also Knoblauch, Ingwerpaste. Aber ich habe es nicht gefunden oder es gab es nicht, deswegen habe ich es einzeln gekauft und es hat dann gekostet jeweils 1,89 Euro und es sind drinnen 180 Milliliter und das werde ich wahrscheinlich im Leben nicht aufbrauchen. Aber ich liebe Ingwer und Knoblauch. Ich könnte es. Ich weiß nicht, Knoblauch finde ich, kann man überall reinmachen. Mein Freund mag zwar auch Knoblauch, aber nicht so existent wie ich. Und die sind auf Soja-Bohnen-Öl-Basis. Sollt man das auch auf Soja-Bohnen-Öl-Basis? Es ist auf jeden Fall Soja-Bohnen-Öl enthalten. Und 53% davon, Knoblauch und Wasser. Und der Ingwer ist auch in Soja-Bohnen-Öl. Dann habe ich noch Sesamöl gekauft. Also ich würde das echt jedem mal empfehlen, in Soja-Bohnen reinzugehen. Das ist, als würde man eine komplett andere Welt betreten. Echt, richtig gut. Heute war das so hektisch, sonst hätte ich mir noch viel mehr wahrscheinlich gekauft. Was die auch an Tiefkühlzeug haben, aber wir haben hier leider nur ein kleines Abteil in unserem Kühlschrank. Ansonsten habt ihr auch diese Tiefkühlschrank und lauter solche Sachen. Aber wenn ich die gekauft hätte, wäre unser Abteil schon direkt voll gewesen. Dann habe ich noch Glasnudeln gekauft. Und ihr habt ein Euro in 99 ganz offensichtlich gekostet. Und da ganz offensichtlich, weil ich auch nicht genug Knoblauch habe, habe ich hier vom Riefer Knoblauch. Und da... Dann habe ich mir noch ganz klassisch rote Currypasta gekauft, weil ich meine Bandits mal leer gemacht habe. Und ich mag die hier total gerne. Hat auch 1,99 Euro gekostet. Und ich glaube, viele Produkte sind da von Tide Pride. Und ich weiß gar nicht, gibt es die auch? Ja, gestellte von Exotic Food. Dieses Zeichen hier. Okay. Die Kamera. Und dann habe ich noch Frieda-Chal. 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 Keine Ahnung. So sehr gekauft. So eine kleine. Einfach nur, weil 200ml die schon groß genug ist. Und jetzt ist tatsächlich mein Kabel. Ich weiß nicht. Ich glaube, an diesem Teil hier stimmt was nicht. Ja. Jetzt geht nämlich kein Ton mehr. Und ich wollte mich noch verabschieden von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Abend. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei einem neuen Video wieder. Bye.